guten tag THC ich möchte mich hier schon mal an dieser stelle noch mal ganz herzlich bedanken dass du unsere map vorgestellt hast jedoch muss ich eine sache sagen und zwar wieso hast du das schild nicht angeklickt das schild ist eigentlich so gesehen wie der hauptstandteil und ja ich wollte dir einmal kurz zeigen was du da eigentlich verpasst hast ich weiß nicht ob das video sehen ist aber ich wollte einfach mal gezeigt haben und hier ist die show genau das war eigentlich auch schon alles